Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe zur, ja, 8. Minute. Ich habe immer noch keine Ahnung, denn ganz ehrlich, Freunde, ich nehme das immer noch auf, bevor ich meine allererste Folge überhaupt hochgeladen habe. Das wird eine der letzten sein, die ich im Voraus aufnehme, denn ich möchte natürlich auch ein bisschen auf euch reagieren können. Deswegen hoffe ich, dass vier Folgen im Voraus aufgenommen ausreichen, um, ja, zumindest meine Seele zu befriedigen. Ich bin gespannt, was ihr am Ende zu den ganzen Folgen gesagt habt und ob wir das Ganze überhaupt noch weiterführen. Heute ist aber Halloween und darüber möchte ich mit euch sprechen, denn Halloween ist für viele Menschen unterschiedlich, je nachdem, glaube ich, in welchem Haus man aufgewachsen ist. Denn ich bin der Meinung, in Bayern gibt es tatsächlich einige, die das sehr teuflisch ansehen mit ihren heidnischen Bräuchen und was weiß ich was. Aber unabhängig davon möchte ich euch heute eine kleine Halloween-Story eben dazu erzählen. Deswegen kommen wir so im Allgemeinen so ein bisschen auf die, ja, Punkte zurück. Was ist denn Halloween und so weiter? Wie feiert man Halloween? Wie feiern denn wir vor allem Halloween vielleicht? Und ja, lauter solche Dinge. Generell gesehen finde ich immer, gibt es ein paar Leute, die sich dann gerne in Creepypasta's versinken und dann richtig schöne gruselige Storys eben zusammen lesen und sich damit ein bisschen einscheißen. Manche zocken aber auch gerne einfach Horror-Games und auch das kann passieren. Manche, ja, wollen damit gar nichts zu tun haben und auch das ist in Ordnung. Manche freuen sich und zocken an dem Tag einfach richtig durch und warten nur darauf, dass Kinder vor ihrem Haus stehen, damit sie die dann wegruseln können mit einer Axt in der Hand. Wiederum andere freuen sich für die kleinen Kinder, wenn sie durch die Häuser rennen und ja, halt ein bisschen Süßigkeiten abgreifen. Und manche beschmeißen andere Leute einfach mit Kacke. Oder Mars-Riegeln ist in der Regel irgendwie das Gleiche. Warum habe ich jetzt eigentlich gerade so Hardcore gegen Mars geschossen? Ich habe eigentlich nichts gegen den Mars. Da will ich ja irgendwann mal hin. Oh, war der flach. Okay, legen wir weiter. Legen, wow, auch hier wieder. Keine Folge ohne grammatikalische Meisterleistungen eures Ateneers. Freunde, das wird einfach immer besser. Okay, Weihnachten. Voll daneben geschissen. Ich mache das nicht mit Absicht, Freunde. Ich weiß gerade nicht, wieso Weihnachten in meinem Kopf gekommen ist. Holy shit. Okay, wir reden über Halloween. Himmel. Okay, ich nehme das nicht neu auf. Okay, ja, wir kriegen das irgendwie hin. Es tut mir aber so leid, Leute. Ja, okay. Halloween. So, kleine Story dazu. Wir haben früher, ja, mit, ich bin der Meinung, noch sogar 14 Jahren sind wir noch durch die Gegend gezogen und haben Süßigkeiten einklabüstert. Haben uns ein bisschen, ja, umgezogen, so mit Masken und Co. Das war ganz amüsant. Da konnten wir so durch die Straßen ziehen und haben einfach Sachen eingesammelt. Das war, war ganz cool. Wir haben von manchen Sachen was gekriegt, von manchen Leuten, von manchen haben wir nichts gekriegt. Wir sind aber eben auch einmal vor einem, ja, vor einem Haus gelandet und gesagt haben, nee, geht mit. Wir feiern dieses heidnische Fest nicht. Verschwindet von unserem Grundstück. Und ja, das wurde so in diesem Ton gesagt von einer älteren Dame, die uns sehr lieb gewonnen hatte. Wir haben natürlich nichts gemacht. Wir haben allgemein diese ganzen folgenden Aussagen, die ich tätigen werde, sind alle rein hypothetisch. Denn es ist ja so, dass oftmals, rein hypothetisch jetzt gesagt, dann auch gerne Streiche gespielt werden. Es gibt asoziale Streiche, die manche Menschen nicht nur hypothetisch ausgeführt haben, sondern tatsächlich auch getan haben. Ich kenne da mal von manchen Storys her, dass die Leute, ich sage jetzt mal, Fäkalien irgendwo hinplatziert haben. Das ist natürlich absolut grenzwertig. Oder Sachbeschädigungen im großen Maße gemacht haben. Das sind alles so Dinge, die macht man nicht, Freunde. Also wenn, dann macht man irgendwas, das man sehr leicht wegkriegt. Also wo man jetzt nicht sagt, das ist irgendwie, man macht irgendwas kaputt oder so einen Scheiß. Das macht man nicht, das gehört nicht dazu. Man kann mal einen kleinen Streich spielen, aber der muss witzig sein. Oder halt, ja, halt jetzt nicht irgendwie böse oder sowas. Rein hypothetisch gesehen könnte man zum Beispiel mit einer Flasche Ketchup etwas an die Garagentür reinspritzen, so mäßig irgendwie. Ja, das wäre rein hypothetisch meiner Meinung nach möglich, weil man das sehr schnell wegwaschen könnte. Ob das jetzt schlau ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist rein hypothetisch schon mal möglich. Was nicht so geil ist, ist irgendwas in den Briefkasten reinkippen. Weil wenn der Post kriegt die Person, dann ist ja denen seine Post im Arsch. Und Freunde, das ist nicht schön. Und lauter solche Sachen. Das war natürlich möglich gewesen. Als man irgendwann mal älter geworden ist, wie gesagt, wir haben das ja nicht wirklich gemacht, aber hypothetisch, aber wenn man dann irgendwann auch zu alt war für die typischen, ich sag's jetzt mal, ja, typischen Gang und Gänge zu irgendwelchen Häusern, um dann wieder Süßigkeiten zu kriegen, hat man sich dann ein bisschen was anderes rausgesucht. Da war eine recht lustige Geschichte, wie es zu einer kleinen Mini-Tradition für zumindest ein paar Jahre geworden ist. Und zwar standen wir mit zwei Kästen Bier an einer Straße und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann mit einer großen Truppe von Menschen überlegt, wo wir jetzt hingehen können. Dann war die Idee, man könnte ja zu mir nach Hause gehen. Natürlich noch bei meinen Eltern gewohnt. War noch relativ jung. Und dumm. Naja, daraufhin haben wir uns in unsere, ja, oder in die Gartenterrasse meiner Eltern begeben mit den zwei Kästen Bier, haben die aufgestellt und haben dort ordentlich einen hinter die Bühne gebechert. Es war ein sehr angenehmer Abend. Wir haben uns, ich weiß nicht mehr, was wir da irgendwie gegessen haben. Daran kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber generell war es ein sehr angenehmer Abend. Und daraufhin haben wir uns beschlossen, dass wir das doch nächstes Jahr nochmal machen können. Bloß halt mit ein bisschen besserer Planung vielleicht. Aber im Kern, ihr wisst, was ich meine. Ja, gesagt, getan. Das Jahr darauf auch da wieder gesagt, hey, lasst uns doch einmal zusammenkommen und eben genüsslich einen hinter die Binde kippen. Ich sag's euch, wir haben so viel hinter die Bühne gekippt. Das ist schon gar nicht mehr witzig. Wieso säuft man überhaupt so viel, Leute? Kleiner Funfact, ich trinke jetzt inzwischen so gut wie nichts mehr an Alkohol. So, wirklich gar nicht mehr. Ich bin merkwürdig geworden. Oder alt. Oder eine Mischung aus beidem? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann diese ganze Kiste relativ schnell in trockenen Tüchern. Abgesehen von unserem Alkoholpegel, der war nicht mehr trocken. Ja, denn auch da, wir haben ordentlich gebechert. Es gab dazu Nudeln mit Hackfleischsoße. Welche Hackfleisch, weil ihr wisst schon, so Gehirn und blibablub. Und ja, ich sag's euch, wenn also ein Kumpel zu viel trinkt, der dann also Hackfleischsoße vorher gegessen hat mit Nudeln, dann ist das, wenn er sich entsprechend, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich eine Triggerwarnung vorher ausgesprochen habe, ihr wisst, was jetzt glaube ich gleich kommt, wenn er sich auf jeden Fall erfreulich wiedergibt und die Nahrung erneut mit allen teilen möchte, dann hat dies dazu geführt, dass eine Fontäne von Hackfleisch erneut über die Bühne geflogen ist. Um das mal sehr geschwollen zu formulieren. Ihr wisst, was ich meinte. Und ich sag's euch, das war alles andere als schön. Wenn das, ja, das kann doch mal riechen, selbst wenn ich es jetzt, glaube ich, beschreibe. Und das ist auch nicht witzig eigentlich, aber es ist inzwischen so lange her, dass ich mir sage, Freunde, ja, da kann man nichts machen. Man war jung, man war dumm, man hat ein paar dumme Sachen gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, das gehört dazu, dass man auch im Nachgang darüber reden kann und mal sagen kann, hey, holy shit, das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Und so ist es auch hier. Wir haben halt damals viel rumprobiert und sehr viel Alkohol getrunken. Und das ist für mich irgendwann halt auch mal passé gewesen. Das, wie gesagt, hat noch so, ich glaube, zwei, drei Jahre, glaube ich, noch angehalten, dass man das irgendwie gemacht hat. Und ja, ich glaube, wir waren sogar teilweise, nee, wir waren dann schon 17, 18, sowas im Drehraum. Ja, doch, ich glaube, das ging schon ein Stückchen. Ich glaube, das ging dann bis 23. Und dann haben wir damit aufgehört. Oder auseinandergelebt. Ach, keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall war da einiges los. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr solche Sitten und Bräuche noch? Meine letzten Halloweens waren alle sehr ruhig. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr werden wird, weil für mich ist noch kein Halloween und ich mache das nicht eine Woche vorher oder sonst irgendwas, sondern einen ganzen Monat vorher. Deswegen keine Ahnung. Wie wird es bei euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wir hören uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann vor allem jetzt. Jetzt ist eure Chance, Freunde. Schreibt es mir in die Kommentare. Wollt ihr mehr von mir hören? Schreibt es rein. Ich möchte es wissen. Weil wenn es am Ende doch keinen interessiert, dann, ja, weiß ich nicht. Mache ich vielleicht noch ein paar, aber ob ich dann jetzt das wirklich auf Dauer fortführe, weiß ich halt auch noch nicht. Das gehört so ein bisschen zur Resonanz. Und damit wir auch hier wieder ein bisschen Erotik reinbringen. Okay, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht erotisch werden. Ja, ihr hört ja meine Stimme. Ihr seid ja hier deswegen. Ach, ich überziehe schon wieder. Freunde, wir hören uns in einem neuen Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Gehabt euch wohl. Habe die Ehre. Servus. Bid- Jier, Jier.